G.O.N.D. auf ein neues Jahr 2024. Wir sind jetzt gerade schön im Hotel Stern in Geiselwind eingecheckt. Das Hotel hat uns jetzt auch schon eine Aufmerksamkeit hier hingestellt. Zimmer Service! Wir haben Bock auf Onkels Cover. Allerweinste. 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 In Germany we call this Grundlage because we definitely need it später. Dass diese Raststätte irgendwann mal so eine Bedeutung für mich haben würde, das hätte ich 2016 in diesem Moment noch nicht gedacht. Wir waren jung. Letzte Getränke ohne Alkohol. Das ist Thomas. Er ist ein unglaublich Busternverein von den Tickenproblemen. Und das ist Kiddy. Der postet erst die Frau in seinen Status und dann seinen Sohn beim Fußball. Lernen Sie mal bitte dem Herrn Thomas, warum er heute nicht die Tickenprobleme sehen darf. Tickenproblemen. Das kleines Mann ist schon nicht ein Ticken und besoffen sein. Leider krank. Leider kann die Wände noch nicht erschöpfen. PENIS! Ich warte immer noch auf die Entschuldigung, dass du nicht da bist. Aber Chlamydien. Ja, Chlamydien, ja. Der Mastercheam hat mir gerade erzählt, dass er Tripper hatte letztes Jahr. Er hat sich den Tripper mitgenommen aus Argentinien, weil er bei den Hosen war. PENIS! Ich wünsche euch viel Spaß bei Klaus Messerschmisch. Prost! PENIS! 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 Ich steh auf den Augen, ich kann dich nicht verstehen. Gedanke, dass ich seinen Winde vermisse. Kannst du dieses Handzeichen deuten? Was kommt denn als nächstes? Ich befürchte, allerfeinste Ungelskauer. Oh ja, allerfeinste. Boah, alter geil, ey. Unnormal, ey. Schluss, wenn du's bist, die haben jetzt gehabt. Wir sind so lange, immer lange kleine Freunde. Ich danke für nichts, für mich, für mich zu hassen. Ich danke für mich, danke für dich. Ich danke für schnauze und lebe mir ab. Ich danke für schnauze. Ach, gute Freunde, verlorene Liebe. Das waren die Grunde Allstars. Feinheitslevel legendär. Und jetzt kommt... ...Ein Brand! ...Klappe! Mit meinem Haus der Mars. Willkommen in der Barrio Mittelfeld. Banamo und Müde Oase. Egal was du wachst, wir bleiben in der Welt. Ehrlich wird doch nichts, an der Frau, wie sie zählt. Ja man, da kommt die Zeit. Und nirgends heute war, wann es ist wirklich so weit. In die Beine, in die Hand. Es hat sich in vier Puppe. Two, two, four, way. Four, way. Two, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one. Und wie sieht es aus mit Rammstein-Fans? Und gibt es unter euch auch Onkels-Fans? Oh, da habe ich sehr, sehr gute Nachrichten vor euch. Die nächste Band hat nämlich das alles vor euch dabei. Das ist Deutschrock. Das ist die Donnerwald-Government. Applaus! Jungs! 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 Ihr seid wieder da! Ja! Na! Na! Ta! Ta! Bei Donnerbiken hat man schon gemerkt, dass relativ viele Leute schon relativ voll waren. Aber das war sehr frei. Das war eine schöne 12 Stunden Livemusik. Der Samstag ist für heute beendet. Wir sehen uns im Sommer auf den großen Gorn. Jawoll! Schöpfe? Ja? Ja? Ja?